Ein schönen guten Abend liebe Veteraner, sozusagen zur guten Nacht habe ich noch eine, wie ich finde, personell durchaus annehmbare Nachricht, denn wir haben einen jungen Spieler wieder für die linke Verteidigerposition und zwar von Borussia Dortmund kommt Jan Niklas Beste zu uns. Leider hat er jetzt erst einmal an der Reha-Phase und wenn die vorbei ist, soll er erst einmal in der U23 eingesetzt werden und wird über diese Ausbildungsmannschaft dann die Profis herangeführt. Wie ich finde, eine durchaus ganz gute Maßnahme für den sechsfachen U19-Nationalspieler. Er wird, wie schon gesagt, in der linken Verteidigerposition eingesetzt. Er kann allerdings wohl auch laut Frank Baumann mehrere Positionen variabel spielen und ich denke mal, für die Zukunft ist das auf jeden Fall eine ganz gute Maßnahme. Ich freue mich jedenfalls sehr auf ihn. Ich bin Jan Niklas, herzlich willkommen bei uns in Bremen und ich wünsche dir bei uns viel Glück und viel Spaß. Und das war es auch wieder von mir. Euch allen eine gute Nacht und morgen einen schönen Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, grün und weiß. Ciao.